Ich habe jetzt so ziemlich genau 20 Turniere in meiner noch sehr, sehr jungen Darts-Karriere gespielt. Und wie das so ist, habe ich dabei natürlich auch ein paar Fehler gemacht und viel, viel gelernt. Damit du nicht genau die gleichen Fehler machen musst und von meiner Erfahrung profitieren kannst, gibt es jetzt hier von mir die Top 5 Fehler, die auf jeden Fall vermeidbar sind. Ach ja, und gerade der Bonus-Tipp am Ende ist vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber trotzdem solltest du den beachten. Viel Spaß beim Video! Nicht hingehen. Und diesen Fehler habe ich wirklich so, so lange gemacht und deswegen steht er auch an Nummer 1. Ich bin einfach nicht zum Turnier gegangen. Ich habe mir immer wieder eingeredet, ich bin zu schlecht, ich kann nicht mithalten und das ist einfach Bullshit. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich Kollegen sage, hey, komm doch mal mit auf ein Turnier. Und es fallen dann Sätze wie, ja, ich werde wahrscheinlich kein Leck gewinnen, ich werde nicht mal ein Spiel gewinnen und die Angst kann ich dir nehmen. Auf jedem Turnier gibt es neue Spieler, die viel, viel Spaß haben, weil sie gerade da sind und ja, es ist nicht so wie zu Hause. Im Gegenteil, es ist 100% anders und bei mir ist es so, dass ich mich an mein erstes Turnier gar nicht mehr wirklich so erinnern kann. Ich weiß nicht mehr, gegen wen ich gespielt habe, ich weiß nur noch, gegen wen ich am Ende rausgeflogen bin, aber ansonsten kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weil ich so reizüberflutet war. Aber es ist wirklich geil. Es macht mega viel Spaß und es bringt dein Spiel wirklich aufs nächste Level. Du wirst gestresst, du bist in Situationen, die du zu Hause einfach nicht kreieren kannst und deswegen solltest du auf jeden Fall zum Turnier hingehen. Vor dem Spiel aufgeben. Und jetzt werdet ihr euch mit Sicherheit fragen, vor dem Spiel, nicht während des Spiels, da hast du da auch schon mal irgendwas zu erzählt. Nee, ich meine wirklich vor dem Spiel. Es gibt auf jedem Turnier Favoriten, es gibt lokalen Matadoren auf lokalen Turnieren, wo man wirklich denkt, die sind unbesiegbar. Und so ging es mir auch. Ich hatte mal ein Spiel, wo ich gedacht habe, das werde ich sehr, sehr sicher verlieren. Aber ich habe die 7 Minuten 41 meines Lebens gehabt, habe 380er geworfen und gewinne das Spiel mit einem 79er Average 4 zu 0. Ich bin dann später gegen genau den gleichen Gegner im Loser-Bracket sang- und klanglos ausgeschieden, aber auf jedem Turnier, was nicht gerade und... Nee, eigentlich ist das falsch. Selbst bei der PDC kann jeder jeden schlagen. Gebt nicht auf vor dem Spiel, seht jedes Spiel so, als könntet ihr es gewinnen. Okay, nächster Tipp. Nicht pünktlich sein. Ich habe diesen Fehler auch schon ein paar Mal gemacht und es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als gestresst und zu spät zu einem Turnier zu kommen. Wenn du erst eine halbe Stunde vor dem ersten offiziellen Dart da bist, dann wird jedes Board bespielt. Es gibt an jedem Board drei Spieler, die sich schon warm werfen und wenn du dann der vierte in der Reihe bist, dann wirst du faktisch kaum zum Zug kommen. Es gibt keine Möglichkeit mehr Practice-Darts zu werfen. Also sei auf jeden Fall pünktlich. Ich halte es gerne so, dass ich mindestens eine Stunde eher anderthalb direkt bei Hallenöffnung bei größeren Turnieren da bin. Ich nehme mir dann meine halbe Stunde für meine Aufwärmroutine und ziehe mich dann später ein bisschen zurück. Wenn es voll wird an den Boards, gehe ich zwischendurch mal hin, werfe noch zwei, drei Darts und habe so ganz gemütlich Zeit und starte entspannt in das Turnier. Und auch dein Touch wird nicht schlechter sein, wenn du nicht bis zum Anpfiff deine letzten Darts geworfen hast. Das stimmt einfach nicht. Also sei pünktlich, werfe früh deine Practice-Darts und dann entspann dich. Punkt Nummer 4. Nicht fragen. Wenn du auf deinen ersten Turnieren bist oder vielleicht ist es sogar das erste Turnier, wirst du Fragen haben. Es ist nicht klar, wie man die Dart2K-App bedient. Es ist nicht klar, wo welches Board ist oder wann und wo du als Schreiber oder vielleicht sogar als Spieler auftauchen musst. Deswegen geh zur Turnierleitung, frag Leute, die anscheinend schon länger vor Ort sind, frag einen Kollegen, der vielleicht schon mal da war. Aber es gibt nichts Peinlicheres, als ausgerufen zu werden. Also frag gerne nach und das kann alles sein. Das beziehe ich jetzt auch auf Situationen im Spiel. Es ist total doof, wenn du anscheinend ein hohes Finish checken kannst, du dich aber vielleicht verrechnet hast. Der Dart fliegt ins Bull rein. So ist es mir mal passiert. Ich hebe die Faust und ich habe mich richtig übel verrechnet. Frag den Caller, wenn du dir nicht sicher bist. Ich erlebe es immer wieder, dass Spieler vor sich hin grübeln und nicht den Caller fragen. Das ist Quatsch. Selbst bei der PDC gibt es Spieler, die regelmäßig beim Caller nachfragen, wie denn der Punktestand ist. Better safe than sorry. Das ist wirklich so der Satz, den man hierauf projizieren kann. Also, wenn du Fragen hast, dann frag. Sei kein Sprinter. Jetzt werdet ihr mit Sicherheit denken, was meint der denn jetzt schon wieder damit? Was ich damit meine ist, dass ein Darts-Abend oder auch ein Dart-Tag sehr, sehr lang sein kann. Was in den ersten zwei, drei Spielen passiert, ist meistens egal. Wenn ihr die Spiele gewinnt, dann ist alles in Ordnung. Es ist aber so, dass so ein Abend, je länger er geht, intensiver wird. Es wird anstrengender. Und es kann sich auch mal über sechs, sieben Stunden hinziehen. Ich habe mich dann auch schon mal gefragt, wie es denn sein kann, dass Spieler, gegen die ich vielleicht im zweiten oder dritten Spiel rausgeflogen bin und die bombastisch gespielt haben, jetzt auf einmal im Finale nur noch ein 60er-Average spielen. Ja, so ein Abend ist lang und es ist ein Marathon und kein Sprint. Deswegen, teil dir deine Kraft gut ein, nimm dich zwischendurch mal zurück, geh gerne mal eine Runde spazieren, schnapp frische Luft, trink ein Getränk, natürlich kein Alkohol, sondern immer schön ein Wässerchen oder einen Tee und dann wirst du am Ende die nötige Power haben, um die Trophäe oder vielleicht aufs Treppchen zu kommen. Kommen wir zum Bonusfehler. Und das ist mir tatsächlich auf meinem allerersten Turnier so passiert. Ich bin alleine zum Turnier hingefahren und ich kannte niemanden. Ich habe mich angemeldet und direkt an den ersten Boards haben sich die ersten Leute warmgespielt. Ich wusste nicht, wie man sich verhält und ich bin wirklich zu jedem einzelnen Spieler hingegangen, habe ihm meine Hand gegeben und mich vorgestellt. Nach dem dritten, vierten haben die Leute schon sehr, sehr komisch geguckt, weil mich kannte ja keiner und auch ich hatte ein komisches Gefühl, aber mittendrin konnte ich jetzt auch nicht abbrechen, also habe ich allen sieben oder acht die Hand gegeben. Das musst du nicht machen. Komm zum Turnier, melde dich an, sag vielleicht mal Hallo in die Runde, stell dich ans Board, vielleicht gibt es da mal noch eine Faust von deinem Spieler, der mit an Bord steht, aber du musst nicht allen die Hand geben. Das ist wirklich komisch und wenn ich jetzt daran zurückdenke, peinlich. Und damit du nicht verpasst, wie ich mich auf meinen nächsten Turnieren so schlage und ich kann dir versprechen, da wird was kommen, solltest du unbedingt den Abo-Button klicken. Und wenn du wissen willst, wie mein Niveau generell so ist, dann kannst du gerne mal hier klicken. Also dann, bis zur nächsten Etappe auf meinem Weg zum Darts-Gipfel. Und dann, bis zur nächsten Etappe auf meinem Weg zum Darts-Gipfel.